So Freunde, willkommen zum Kalendervideo. Wir schauen uns an, was alles im Juli so abgeht. Es ist ein bisschen später geworden, aber unter der Woche ist das immer so ein Ding. Ja, da versuche ich nach der Arbeit, wenn ich dann nach zwölf Stunden wieder zu Hause bin, dann noch irgendwas zu machen. Und ja, manchmal bleiben Sachen halt auf der Strecke, wenn irgendwas anderes war. Und ja, jetzt sind wir da. Erstmal, thank you very much, Elliot, for the calendar. You're the new guy doing this. Weil dann, Zantanias hat ja aufgehört und jetzt musste jemand Neues einspringen. Und ich finde, das ist eigentlich, man muss sich an die Optik gewöhnen, aber es ist gar nicht mal so schlecht. Ja, und das werden wir uns jetzt gleich einmal anschauen. Also Aufbau, neuer Kalender. Wir sehen hier oben Turnier-Rotationen, Kriegs-Rotationen, wann was wie wo ist. Sehr gut gemacht. Kannst jetzt also gucken. 6.7. Juli, 7. Juli ist ein Sonntag und es ist Rush. So, am Mittwoch auch wieder Rush. Danach kommt Untote Horde und dann kommen wieder Pfeile, dann Equalizer und dann Attack Boost. So, ne, das ist also das Übliche. Gut, ähm, Monat-Zelt haben wir uns schon angesehen. Ähm, hier sehen wir Trials and Masterclass Trials, ne, also die Emblem-Quests. Können Sie sich auch angucken von mir aus. Hier, wann die jeweiligen, ähm, Omega-Sachen sind. 3. Juli war jetzt, ne, grün. Und am 31. ist blau. Wann die seltenen Quests hier kommen. Äh, in welchen Etappen man wo farmen kann, ne. Also auch, also dieser Kalender ist wirklich vollgepackt mit Informationen. Allem drum und dran. Und, ähm, ja, hier sehen wir dann, ähm, genau. Und hier geht's jetzt los. Das ist praktisch so das, was wir jetzt neu haben. Ähm, wir haben praktisch nicht mehr Atlantis und dann taucht irgendwo anders nochmal Atlantis auf, sondern wir haben einmal Atlantis. Und das ist eigentlich, finde ich persönlich, gar nicht mal so schlecht die Übersicht. Wir sehen jetzt Atlantis, Juli, also 1. Juli und 29. Juli und dann direkt, was da für Helden kommen werden. Das ist prinzipiell sehr geil, ja. Aber 1. Juli ist ja schon vorbei. Ähm, Ende Juli kommen dann nochmal Talek-Kostüm, Inari-Kostüm, äh, Balur und, äh, Leadria. Gut. Wer jetzt bei Atlantis beschwört, ist selber schuld. Würde ich jetzt nicht mehr machen. Ähm, so, was wir aber haben. 11. Juli, Valhalla Forever. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen, ein bisschen zeitlich durcheinander, aber das kann man sich ja auch selber dann nochmal zurechtlegen. Ich werde ja diesen Kalender auch wieder bei YouTube posten mit einem anderen. Da ist die andere Übersicht, diese, diese, ähm, waagerechte Wochenübersicht, ne. Da kann man dann das nochmal alles gucken. Aber es geht ja uns eher darum, was für neue Helden kommen auf uns zu und nicht, welches Event ist jetzt Valhalla Forever vor, unerzählte Geschichten oder danach. Das ist ja völlig wurscht. Ja, ähm, Valhalla 11. Juli kommt auch erstmal nichts Neues. Season 4, 4. Juli, ja, ähm, ist schon vorbei. Beziehungsweise läuft noch, ne, läuft noch. Also Farmen geht immer noch. So, und dann haben wir, ähm, Season 5 und da sehen wir was Interessantes. Ähm, da ist Sobek Kostüm. Das kenne ich tatsächlich selber nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Also wer, äh, von, von den Beta-Leuten Sobek Kostüm hat, gerne mal zu mir schicken. Ich kenne es noch nicht. Ähm, Heteferis und Amose sind noch dabei. Und das sieht mir hier nach einem neuen Geheimhelden aus. Juli 15. Ist das eine 15? Wahrscheinlich. Dann kenne ich diesen Geheimhelden. Ich glaube, ich kenne ihn nicht. Ja, das ist das. Nö, nö, da habe ich noch kein, kein Bild von gesehen. Also von daher, da lassen wir uns überraschen. Ist ja auch geheim. Aber von daher, ähm, warten wir da mal ab, was da kommt. Und so. Gehen wir weiter hier lang. Sini, kennen wir schon. Unerzählte Geschichten. 27. Juli. Galapago. Umiventus und Keto. Ist das jetzt hier schon ein Galapago-Kostüm? Sieht nicht danach aus. Haben wir auch noch keine Kostüme. Ja, also von daher. Hätte ja sein können. Gut. Also auch da. Erstmal so. Nichts. Also, das, die Portale, die wir bisher hatten, waren ja so die, ähm, die jeden Monat. Da sind die, äh, wie heißen sie, die, ähm, die saisonalen Portale. Ne, nicht saisonalen, die seasonal Portale. Die einzelnen Season 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Also, da, da würde ich jetzt erstmal als Prinzip für jemanden, wenn man jetzt sich entscheidet, einfach sein Ding weiter so durchzuziehen, was, äh, was Beschwörungen angeht. Das einfach Budget, vielleicht ein bisschen Budget gekürzt und so. Aber wenn man sagt, ja, ich mach damit so ein bisschen weiter, weil macht mir immer noch Spaß. Dann, ähm, sind das so Portale, wo ich erstmal sagen würde, ähm, muss nicht unbedingt sein. Ja, dafür kommen zu viele neue Helden. Dafür werden die anderen Portale halt viel zu schnell zu stark, dass die halt mithalten können. So. Ähm, Paths of Adventure. Ja, das sind die, ähm, die, die Dinger hier, äh, Weg der Tapferkeit und Weg der Riesen, ne. Äh, so, Legendary Troops. Da wird's interessant. Ich mach das mal so ein bisschen, dass wir's hier oben haben. So. Äh, 3. Juli. Barbar und Druide. Hab ich ignoriert. Kein, kein Bedarf dran. Äh, Paladin Schurke. Schurke wär schon ganz geil. Ich hab ein paar da, auch Kombinationen, wo ich dann immer überlegen muss, Todesstiefel oder nicht. Ja, oder der andere. Und, äh, Kleriker Kämpfer. Das wird interessant. Kleriker Kämpfer für den Panther. Ich suche für den Panther noch die legendäre Truppe. Ähm, da wär halt auch so die Überlegung, ähm, brauche ich diese Truppe? Wie viele Helden hab ich dafür? Oder warte ich einfach, bis ich's umschulen kann? Ja? Also umwandeln kann. Ähm, müsste man mal gucken. Weiß ich noch nicht, äh, wie ich mich da entscheide. Aber das Portal und das Portal werden zumindest in der Theorie interessant. Der Eulenturm. Der Eulenturm wird zweimal kommen in diesem Monat. Das erste Mal, da sind wir gerade mittendrin. Mit Senius, Eron und, äh, Mariol. Und ich, ich muss leider hier so ein bisschen am Handy, ich weiß, wo die ungefähr sind, die Sachen. Aber ich muss trotzdem immer so ein bisschen gucken, weil, ähm, da doch immer auch andere Bilder noch so dazwischen sind. Ähm, ja. Ist auch egal. Also, ähm, die Screenshots, die ich gemacht hab vom Spiel und wie auch immer, was ich dann nicht mal aufgeräumt hab. Und dann halt Beta-Sachen, Drachensachen und sowas, ne. Deswegen, ich muss ab und zu mal so ein bisschen kurz scrollen. Aber, wie gesagt, wenn du so ungeduldig bist, dann musst du halt ein paar Sekunden vorspulen. So. 2. Juli, Helden kennen wir. Jetzt kommt der Eulenturm am 30. Juli auch nochmal. Und da sehen wir Lodius, Verus und einen Neuen. Eine gelbe Eule. Und diese gelbe Eule ist Pertinax. So, Pertinax ist Mittel. So, und, ähm, er beschwört ein Minion für sich und benachbarte Verbündete, also für 3. Der Minion hat 25% Lebenspunkte und 45% Angriff vom, ähm, jeweiligen Hut, wo er gesetzt wird. So, und jetzt geht's los. Ähm, das ist ganz geil hier auf Englisch. Ähm, das ist so ein bisschen, ähm, Eulen-Walhalla und Eulen-Walkyren und so, ne. So, und wenn dieser Eulen-Walkyren-Minion getötet ist, ähm, dann setzt er einen zufälligen Gegner zu Eulen-Halla, also Valhalla. So, ähm, was das, was das alles zu bedeuten hat. Ähm, dieses Eulen-Halla dauert 4 Züge. Und der letzte Gegner kann nicht, na, ins, ins Eulen-Walkyren-Walkyren-Walkyren gesendet werden. Warte mal, ist, bin ich da schon irgendwo falsch wieder? Was ist das? Warte mal, ich, da, weil, weil dieses Special ist so lang, das sind 5 verschiedene Karten. Da muss ich erstmal wieder sortieren. Äh, warte mal, was haben wir hier? Das ist das letzte, das ist das letzte Bild. Ah, da, da, okay. Ah, okay, hier haben wir es. Ähm. So. Entfernt alle Statuseffekte vom Ziel. Also, man muss sich erstmal, eine Eule wird gekillt und die schickt dann einen zufälligen Gegner in dieses Eulen-Halla. Ja. Und da werden bei demjenigen Gegner dann alle Statuseffekte entfernt. Während er in diesem Eulen-Halla ist, kriegt das Ziel 360 Schaden jede Runde und während es in Eulen-Halla ist, kann es kein Mana kriegen, kann nicht durch Special Skills geheilt werden und ist immun gegen neue Angriffe, Spezialangriffe, irgendwelche Passivsachen, neue Statuseffekte und so weiter. Also, es ist im Endeffekt, man muss sich ja so vorstellen, wie so Helden die, äh, wie wenn Lepiota jemanden in den Abgrund schickt. So, stelle ich mir das jetzt so ungefähr vor. Ja. So. Und jetzt geht es los, dieses Eulen-Halla dauert vier Züge, das heißt pro Zug 360 Schaden, kann es ja ausrechnen. Na, jetzt mal einfach so grob gesagt, das sind 1500 Schaden, yippie yi. Der letzte Gegner, der übrig ist, kann nicht in dieses Eulen-Halla geschickt werden, ja, das kennen wir auch von Lepiota, die schickt ja dann auch keinen in den Abgrund, wenn nur noch einer da ist. Und, ähm, dann kriegen, okay, und dann kriegen Pertinax und, also das ist erstmal, was mit dem Gegner passiert, so, ne? Und Pertinax und Nahverbündete kriegen dann noch Moonrise Ward für drei Züge, das heißt, ähm, der einkommende Schaden durch Special Skills wird um 600 reduziert und zusätzlich nochmal um 40% reduziert, wenn der Schaden von gelben Helden kommt. Das ist ja immer so das, was die Eulen machen. So, das heißt, diese Eule schickt, wenn ein Minion besiegt wurde von ihr, ja, schickt dieser Minion irgendeinen zufälligen Gegner in dieses Eulen-Halla. So, da ist er erstmal für vier Züge beschäftigt, kassiert Schaden, kann nichts, da passiert nichts mit dem, der kann weder geheilt werden, noch kann man dem Schaden zufügen, noch kriegt der Mana, was auch immer, alles weg, ja? So, und wenn der das überlebt, dann kommt er halt ganz stark geschwächt wieder. Zeitgleich wird bei uns, bei den, bei Pertinax selber und bei dem, äh, Benachbarten der komplette Schaden reduziert um, was war das jetzt, 600, 800, ja, 600, genau. Und dann halt nochmal, noch mehr reduziert, wenn der Gegner gelb ist. Hört sich also erstmal sehr gut an, tatsächlich, ja, als nach einer, nach einer starken Eule. Ähm, ob man sie jetzt, äh, braucht, ob man dafür jetzt extra beschwören will, weiß ich nicht. Die Eulen an sich, ich, ich mag Lodius, ich mag Verus, ich mag Timius, ähm, wird aber, so wie jetzt halt auch aktuell, wahrscheinlich nicht mein Fokus-Portal sein, ja? Ähm, also, ich hab mir eigentlich überlegt, ein, ein Portal und dann da bisschen mehr, um dann sagen zu können, so, das ist jetzt erstmal abgeschlossen für die nächsten zwei, drei Monate und dann fertig. Ne, ne, so wie wir's mit den Goblins und mit den Astral-Elfen eigentlich gemacht haben. Also Goblins hab ich ja nie persönlich für mich abgeschlossen, sondern eigentlich abgeschlossen, als der Pfefferflamme-Nerf kam, weil das war der Held, für den ich, äh, versucht hatte, da immer mal wieder zu beschwören, um eine Pfefferflamme zu kriegen, ja, und nicht drei, vier. Ähm, ich hab versucht, einen Citrus-Holz zu kriegen, hab ich auch nicht gekriegt, dementsprechend, ähm, da ich jetzt halt sehe, okay, der wird wahrscheinlich im August oder wie auch immer auch ein bisschen beschnitten werden, äh, lassen wir die Astral-Elfen nämlich jetzt auch erstmal sein. Und, äh, wir haben auch ein paar Elfen nur zu leveln, davon ab, aber deswegen sind halt Goblins und, ähm, auch Astral-Elfen eigentlich erstmal verschwunden von meiner, von meinem Plan. Ähm, ja, wird man, wird man sehen, ne, wir gucken jetzt, ähm, die Goblins sind jetzt als nächstes dran hier, aber insgesamt Pertinax, Eulen ist eine gute Sache, die sind nicht OP, die sind nicht, ähm, so, dass sie die Meta bestimmen werden, aber ich denke, sie sind so an sich schon, ähm, ganz gut, nice to have, nice to have in erster Linie, ja. Und dann haben wir Goblins. Jetzt muss ich einmal hier für die Goblin-Tante da, das ist ja keine Goblin-Tante, das ist ja eine Garnison-Tante, ähm, 7. Juli, so, das ist dann, äh, im Endeffekt am Sonntag, ähm, haben wir zwei neue Garnison-Zelden, die vorgestellt sind. So, und das ist zum einen Iokanta, das ist die rote, die ist sehr schnell, äh, kleent alle negativen Effekte vom, äh, von sich selbst, macht 280% Schaden beim Ziel und zwei zufälligen Gegnern, also im Endeffekt optimal, entweder auf drei oder kann theoretisch auch dreimal auf einen gehen, oder? Ist natürlich gut gegen Spotter. Wenn der Spotter da ist, dann macht sie 280% Schaden dreimal auf den Spotter. Jeder Hit, ähm, warte, jeder Hit reduziert die Dauer von allen Statuseffekten, ah, bei dem Gegner um eins. Okay, also, wenn ich jetzt, wenn da jetzt einer ist, der hat, ähm, Spott für vier Züge, so, und sie feuert jetzt dreimal drauf, dann hat er danach nur noch den Spott für einen Zug, weil mit jedem Hit werden halt alle bestehenden Statuseffekte um eins reduziert. Ja, so, also, das heißt, wenn du dann da siehst, das ist vielleicht ein guter Counter für Weichhaut, na gut, das sind ja auch nur Hits, ne, da brauchst du ja noch nicht mal so einen Counter dann nehmen, aber generell für alle Effekte, vielleicht auch das für die Eulen, diesen, ähm, diesen, ja, das ist Sport, das ist die, die englische Variante für den Mündel, ne? Ja, wenn die dann diesen Angriff ganz stark reduzieren, praktisch, ähm, das, damit würdest du den Counter halt auch deutlich runtersetzen. Also, ja, drei Leuten einmal, aber je nachdem, wo sie halt dann hingeht, ne, äh, Alpha-Fähigkeit weiß ich tatsächlich nicht, ich hab die 480-Version jetzt hier, ähm, aber ist halt sehr schnell, ne, also, und damit kann man schon was machen, hat auch wieder dieses Passiv, dass das Verwelten gelöscht wird und halt auch, ähm, diesen Garnisons Startminion wahrscheinlich, von der Garnisonsfamilie an sich. Ähm, ja, ist denke ich mal ganz gut, aber ist jetzt kein Held, den ich jetzt unbedingt brauche, wenn ich ehrlich bin, also, der wird mich nicht, nö, nö, eigentlich nicht. So, und dann haben wir, ähm, noch Theodosius, das ist der Grüne, ähm, der ist langsam, gut, okay, der interessiert mich dann prinzipiell auch erstmal schon nicht, der hat, äh, neben diesem Verweltenlöschen noch ein anderes Passiv, das sieht mir aus wie dieses Passiv, was auch, ähm, Schar und sowas haben, wenn, ähm, positive Statuseffekte kommen, dass man ein bisschen Mana generiert, so dieses Zeichen zumindest, ja. Ähm, gut, er ist langsam, er macht 370% Schaden auf alle Gegner, reduziert, ähm, schau mal, ah, reduziert die, ähm, die Zeit von den negativen Statuseffekten seiner Verbündeten, also, wenn, wenn du ihn vorherst von deinem Team, um 3 Züge, so, das heißt, wenn du, ähm, 4 Züge Brandt hast, hast danach nur noch 1 Zug Brandt, ja. Und gleichzeitig macht er das mit dem Gegner, also, die positiven Effekte, die da sind, werden auch um 3 Züge reduziert. Gleiches Spiel wie gerade, 4 Züge Spott, dann nur noch 1 Zug, ja. Also macht, nimmt bei uns 3 Züge negative Statuseffekte weg und beim Gegner positive Statuseffekte weg. Alle Verbündeten kriegen 30% Defensive für 3 Züge und alle Gegner kriegen minus 30% Verteidigung für 3 Züge. Okay. Brauche ich nicht. Ehrlich, sag ich so, wie es ist, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, sie brauche ich auch nicht unbedingt, also werden wir bei den Goblins morgen nicht beschwören. Gut. Läuft. Ähm. Dann sehen wir, 19. Juli kommt es auch nochmal, also direkt, äh, zwei Wochen, äh, nicht mal zwei Wochen, zwölf Tage später, ähm, Violet Potts, haben wir gekriegt und Iokanta, ähm, brauchen wir halt dann auch nicht nochmal. Ja, also, da können wir im Endeffekt die Goblins, äh, für diesen Monat ignorieren. Würde ich persönlich machen, wenn es jetzt wirklich darum geht, ähm, auf welches Portal würde ich mich beschränken, Problemportale würde ich, ähm, nicht empfehlen, diesen Monat, tatsächlich. So. Taverne der Legenden am 8. Juli, also am Montag. Mit Satori. Ähm. Ja. Und unbekannt. Werden wir sehen, was da aber rumkommt. Okay. Jo, Astral-Elfen. Äh, ähm, 10. Juli. So, es tickt einfach unbarmherzig weiter, ja. 10. Juli, ähm, wir haben Starlust da drin, den kennen wir schon, und dann haben wir Moonbell. So, Moonbell, gelber Astral-Elf, ist auch langsam. Gut. Macht's, macht's leicht für uns. Also zwei langsame Astral-Elfen vorgestellt. Astral-Elfen sind ja eh abgeschlossen für mich, aber trotzdem, ähm, naja. So, was macht er denn? Er ist langsam, ähm, er beschwört ein, ein Minion. Für jeden Verbündeten 30% Lebenspunkte, 35% Angriff. Wenn dieser Minion beschworen worden ist, gibt er plus 20% Mana Generation, äh, für seinen Besitzer, solange, wie er diesen Minion hat. Also jedes Mal plus 20% Mana Generation. Das wirkt sich dann aus, wenn du den Steinen, die du dann spielst, dass du schneller geladen bist. Der Effekt kann nicht gespelt werden, der wird halt nur entfernt, wenn der Minion zerstört wird. Das ist jetzt interessant. Alle Verbündeten haben einen reduzierten Schaden von minus 40% für 5 Züge. Das kann man natürlich dispellen, ja, das, das kann man wegnehmen, aber so vom Prinzip her, ähm, kriegst du 40% weniger Schaden rein. Das Ding ist natürlich, du weißt, wie schnell die ganzen Defensiven sind, hast du deinen langsamen Gelben an und kannst diesen Schaden reduzieren, bevor alle tot sind. Ja, nicht. Der Gelbe wird vorher entweder tot sein oder der Rest wird tot sein. Das heißt, genauso wie gerade dieser Theodosius als langsamer, die werden hauptsächlich im Rush sein. Im Rush bin ich eigentlich mit meinen Helden aktuell soweit ganz zufrieden. Naja, das heißt, da brauche ich nicht unbedingt was. Astral-Elfen sind eh für mich abgeschlossen. Also, super Sache, dass wir am 10. Juli für die Astral-Elfen nicht beschwören müssen. Passive Chemware, ne, geteilter Schaden und Immunität gegen Gift und sowas, aber Moonbell brauchen wir auch nicht. Starlars brauchen wir auch nicht. 22. Juli, also auch wieder 12 Tage später, haben wir dann, ähm, wie heißt der nochmal, ist Moonflower, brauche ich jetzt auch. Für Leute, die natürlich, ähm, gerne Astral-Elfen hätten. Portale wie Goblins und Astral-Elfen sind natürlich lukrativ, weil kriegst du ein, kriegst du zwei, aber ich glaube, die, ähm, Chancen sind halt relativ gering. Man muss sich mein Video angucken, äh, die letzte Astral-Elfen-Beschwörung von mir, wo ich Citrus-Holz gerne gehabt hätte, war ja eine etwas größere Beschwörung, auch was dann so danach noch kam. Ich hab ja dann noch, äh, offline, ähm, ein, zwei Beschwörungen da gemacht, sag ich mal. Da haben wir dann auch das Resultat gesehen, also, am Ende des Tages waren, waren die Beschwörungen gut, von der Menge her. Aber es war ausgerechnet nicht der, den man wollte und der war vorgestellt, ne, während man dann, äh, bei einer Einzelbeschwörung, bei den Goblins, waren Dunkelfeder und die Frau Potts vorgestellt und die hab ich mit einer Einzelbeschwörung gekriegt, beide. Beide Vorgestellten. Hab ich mir gedacht, das hätte man auch schön bei den Elfen mal haben können. Na, aber gut. Das ist eine andere Geschichte. Astral-Elfen brauchen wir also auch nicht. Genauso wie die Goblins. So, dann gehen wir weiter. Clash of Knights. So, da muss ich einmal mal die gute rote Heldin suchen. Die heißt nämlich Bernadette. Da ist sie. Ui, jo, warum, Handy, warum machst du das? So, Bernadette. Clash of Knights, 17. Juli, also Allianz-Quest. Ja? Dann denken. So, okay. Sie ist sehr langsam. Asuka, was ist denn das? Warum kommen so viele langsame Helden raus? Planen die irgendwas mit langsam und sehr langsam Helden? Nein, ich bin mir nicht sicher. Ähm, also sie ist sehr langsam. Dispellt alle Buffs, also alle positiven Effekte von allen Gegnern. Macht 250% Schaden auf alle Gegner. Und alle Gegner turnen into Cursed Paintings. Also alle werden zu verfluchten Gemälden für 6 Züge. Dieser Effekt kann nicht gecleant werden. So, was ist das denn jetzt wieder? Verfluchte Gemälde. Verfluchte Gemälde haben 70% Angriff, 70% Defensive und den folgenden Special Skill. Warte mal, sind das alle Gegner oder alle Freunde? Alle Gegner. Okay. Also 70% Angriff, 70% Defensive. So, das heißt, wir machen im Endeffekt gar keinen Schaden mehr. Kann sein. Der Special heißt Break Free, also Freibrechen, Entkommen, keine Ahnung. Ist sehr schnell. 250% Schaden auf das Ziel. 50% Chance, dieses First Painting Ailment zu entfernen. Okay, also wir machen eigentlich gar keinen Schaden dann mehr. So, gefühlt müsste es so sein, weil sonst wäre es ja echt schlecht eigentlich, das Special. Und egal, was wir für einen Helden haben, die sind sehr schnell. Und machen 250% Schaden auf ein Ziel. Gut, mit 70% Angriff. Oh, das ist natürlich dann schon reduziert. Und wir haben eine 50% Chance, das wegzukriegen. Ansonsten läuft das für 6 Züge. Okay. Also so rein vom ersten Lesen. Ich habe sie vorher noch nie gelesen, bin ich ehrlich. Die ist sich echt kacke, ja. Also weiß ich nicht. Das ist definitiv kein Held, den ich will. Seien wir mal ehrlich. Den muss ich nicht unbedingt haben. Das heißt, Bernadette können wir ignorieren. Cecilia ist gar nicht mal so schlecht mit dem Dodge. Humbert brauchen wir aber auch nicht. Also im Endeffekt auch. Bernadette brauchen wir einfach. Wirklich nicht. Äh, bei aller Liebe, aber, ne. Ähm. Kann weg. Flash of Knights. Können wir auch streichen im Endeffekt. Okay, sehr gut. Wir können echt viele Portale streichen, ne. Vielleicht wird doch Eulenturm-Fokusportal. So, Covenant Summon. Kommt auch am 12. Juli. Mit. Oh, wow. Da haben wir einen neuen. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen bei dem, als ich mir hier mal so durchgeguckt habe. Wer ist denn das? Der das? Ne, das ist ein Secret-Helt. Ähm. Ich muss ja einmal gucken. Den habe ich komplett übersehen. Was bist du? Du bist ein Astral-Elf. Okay. Du bist Astral-Elf. Du bist ein Garnisons-Helt. Okay. Habe ich den überhaupt? Ach, er ist das. Ah. Gwyn. Gwyn ist das. Ein Konstrukt-Helt. So sieht aus wie ein Gift-Passiv-Kern. Also, ne. Habe ich schon. So. Okay. Hier haben wir auch die Alpha-Fähigkeit. Attack-Up. Alles klar. Ähm. ist mittel. Macht 250 Schaden auf alle Gegner. Alle Gegner erleiden 345 Brandschaden für drei Züge. Alle Gegner kriegen plus 150 Prozent erhöhten Schaden gegen Feuer- und Poison-Status-Effekte für drei Züge. So, das heißt, ähm, das heißt, ähm, da er natürlich auch einen Gift-Kern hat, spielt er sich selber in die Karten, ja. Er macht Brandschaden und er macht Giftschaden und beides hat einen, einen erhöhten Damage-Wert von plus 150 Prozent. Also, er macht um 150 Prozent mehr Schaden. Das heißt, äh, wenn du das für drei Züge nicht wegkriegst, sowohl Brand als auch Gift, dann schallert der dich womöglich komplett raus. Ja. Er macht Schaden, dann Brand- und Kernschaden, ne, ne, Gift-Schaden. Ja, das kann, das kann ordentlich scheppern. Auch so halt über die Runden, ne. Aber natürlich macht er nichts mehr, wenn du Immunität hast oder es clean kannst. Das ist auch klar. Ja, aber wenn du das, sowohl das eine als auch das andere nicht kannst, dann tut er schon weh. Also, er ist, er ist nicht schlecht. Jetzt ist die Sache, ähm, wen haben wir da noch alles? Wir haben diesen, äh, wie ist er, Rhynglow. Der heilt, ne, ist ein langsamer Heiler über Zeit oder Alpha-Spotter und so, finde ich nicht gut. Skoria finde ich ziemlich gut, tatsächlich. Timius auch sehr gut. Odile und Kata. Ja, gut, Odile habe ich zweimal, brauche ich jetzt nicht. Odile aber an sich sehr stark. Ja, sehr gut. Kata habe ich noch nicht gelevelt, habe ich ja auch gekriegt. Ähm, ja. Ist nicht das stärkste Covenant-Portal, aber es ist schon definitiv nicht leicht. Muss man mal einfach mal so in den Raum werfen. Ja, mit dem neuen Helden. Skoria, Timius. Okay. Okay. Kann man jetzt überlegen, ob man da beschwören möchte oder nicht. So, jetzt können wir es mal vergleichen mit dem Juli 26. Deswegen ist das ganz schön, dass das so zusammengepackt worden ist, ne. Ähm, hier haben wir auch wieder Skoria. Wir haben auch wieder Kata. So, wir haben auch wieder Timius. Wir haben jetzt Verus dazu gekriegt. Eine zweite Eule. Also dieser Monat scheint echt die Eulen, äh, forstiert zu werden. Wir haben natürlich wieder Lemonwood. Ist klar. Ja, ja. Und Gastille. Gastille eher so für Titanen-Mäuchler unter euch. Ähm. Ist ja jetzt nicht schlecht. Also hier ist es im Endeffekt so, dass Odile und dieser Glow und Gwyn ausgetauscht worden sind mit Verus, Lemonwood und Gastille. Ähm. Ja, prinzipiell würde ich tatsächlich sagen, ist meiner Meinung nach, der zweite Covenant-Portal stärker. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ob ich bei einem von den Covenant-Portalen beschwöre, bin ich tatsächlich echt nicht sicher. Weiß ich nicht. Ähm. Womöglich, womöglich, aber auch nicht. Kommt halt so auf Alternativen an. Vielleicht auch, ähm, gar nicht dann so viel beschwören. Also bisher hat mich der Monat noch nicht so wirklich, äh, das wären alles so Dinger so, ich hab Langeweile und Beschwör mal. Und das, da, von dem Punkt sind wir noch, da sind wir noch nie gewesen. Und wenn, dann wären wir jetzt sowieso sehr weit davon entfernt. Also von daher, ähm, da denke ich, dass, äh, da nicht viel beschwörungsmäßig sein wird. Wir werden Angebote womöglich kaufen, aber das halt dann, wenn, dann sammeln alles, ne. Äh, von daher. Okay. Dann haben wir, also, äh, das Ding ist halt, ich finde, der Neue hört sich ganz gut an und Odile ist halt auch stark. So, aber wenn ich dann halt gucke, Verus, Lemonwood, Gastille, da kannst du schon ein bisschen, ein bisschen mehr mitmachen. Meiner Meinung nach. Ja, ein bisschen flexibel einsetzbar. Muss man selber wissen. Wenn man sagt, ich brauch keinen Helden für den Titan, jo, dann brauchst du den Lila Rotenkopf nicht. Wenn du sagst, ich hab Verus und Timius schon, gut, dann, äh, ist das auch egal. Ja, dann kannst du dir das zweite Portal klemmen, weil nur für, nur für einen Helden wie Lemonwood dann was zu machen, weiß er nicht. Macht keinen Sinn. So, dann haben wir Contest of Elements, 14. Juli. Da ist Nikki vorgestellt, die kennen wir schon, die ist, glaub ich, langsam, ne, und Ash. Ash ist Mittel und macht 150 Schaden zu neun zufälligen Gegnern. Das ist sowas wie, wie Wächter-Elefant und neunköpfige Bestie und sowas alles, ne. Ja, Damage wird erhöht um 5% für jeden Feuerschild auf dem Feld bis zu 200% Schaden pro Hit. Okay. Ähm, alle getroffenen Ziele kriegen minus 35% Defensive gegen Feuer und minus, oder weitere minus 5% für jedes Mal, wenn sie während vier Züge gehittet werden. So, das heißt, er macht elementaren Defense Down, was natürlich sehr geil ist gegen Titan, ja, in erster Linie. Und, ähm, da die ja auch immer getroffen werden, dementsprechend wird, äh, die minus 35% dann auch weiter hoch gehen, ja. Das müsste dann, ja, über 50 sein, mit über minus 50% Elementarer Defense Down. Das ist nicht schlecht. Äh, auf neun zufällige Gegner ist natürlich auch nett im Rush gegen Spotter. Sowohl defensiv als auch offensiv, ne. Also, und das, normalerweise haben wir diese Leute als, als langsame Helden, die auf neun verschiedene gehen. Siehe neunköpfige Bestie, siehe Wächter-Elefant. Aber hier haben wir halt einen mittleren, ne. Das ist schon ganz interessant. Ähm, die Frage ist halt, äh, Elementarportal, weiß ich nicht, ob man da jetzt so großartig immer beschwören muss. Äh, weil mein, mein Ziel ist halt der, der, der Fokus. Also, da ist ein geiler Held. Da würde ich gerne versuchen, den zu kriegen. Also, beschwöre ich da. In dem Elementarportal, da sind so viele rote Helden. Da kannst du beschwören und kriegst dann Rotkäppchen. Oder ein Asla. Dann beschwöre ich da, wenn ich ein Rotkäppchen will, lieber, äh, mal, um das Beispiel weiterzumachen, in dem Portal, wo dann ein Rotkäppchen drin vorkommt. Unabhängig davon, dass sie kaum noch zu kriegen ist. Das ist auch nicht so geil. Also, keine Panik, war nur ein Beispiel. Ähm, weiß ich nicht. Da, da fehlt mir bei diesem Elementarportal, fehlt mir immer der, äh, der, der Fokus auf den speziellen Helden, für den ich beschwöre. Mögen andere anders sehen, aber, die, die holen mich nicht ab, diese Portale. So, dann haben wir 16. Juli. Kostümkammer, die, die ich immer anpreise, für Leute, die, ähm, wenig Geld ausgeben, wenig Beschwörung zur Verfügung haben. Ja, ich frag mich die ganze Zeit, ach, das ist die Brille, das ist der Schatten der Brille. Ich dachte immer, was hab ich hier so, da so drunter? Der Schatten der Brille. Ah, okay, alles klar. Gut. Ähm, Kostümkammer ist immer das, was ich, äh, Leuten sage, die wenig Beschwören. Da kriegst du wenigstens dann, äh, Thun-Kostüme, die richtig gut sind, mit denen du viel machen kannst, auch gegen stärkere Helden. Würde ich mir überlegen. Ja, Thuns, immer, äh, eine Variante, diesmal Mayanna vorgestellt und Horgal. Horgal kommt mit ins Spiel, sehr gut. Der Junge, der verdient's auch. Der wird sonst immer gehänselt, aber, jetzt wird er zum Thun, jetzt wird er gut. Okay. Okay, also Thuns können wir da relativ schnell abschließen. Wo ist denn jetzt dieser eine Held hier? Ich hab ihn doch vorhin gesehen. Da. Ich hab noch einen weiblichen Helden gesucht, das ist aber männlicher. Monsterinsel, 21. Juli. So, Ruat ist da drin, den kennen wir schon, Gore-Tooth kennen wir auch schon, ne, das sind, äh, ältere Helden, also Ruat war jetzt beim letzten Mal. Jetzt haben wir neun vorgestellt und das ist Zune. Zune, Attack-Up als Alpha-Fähigkeit, ich hab den manchmal so, manchmal so, ne. Ähm, gucken wir rein, was der drauf hat. Er ist schnell, macht 550% Schaden aufs Ziel, also auf einen. Wenn das Ziel Eis ist, macht er noch 300% Schaden auf nahe Verbündete, also 550 auf einen oder 550 auf einen Eishelden plus 300% auf die Nebenstehenden. Entfernt Boni vom Ziel und benachbarten Gegnern, das macht er automatisch, also auch wenn er nicht, wenn das Ziel, was man anvisiert, nicht Eis ist anscheinend. Ne, er nimmt sowieso Boni von drei Leuten, das ist gut. Und reduziert das Mana des Ziels und nahen Verbündeten um 5% je entferntem Statuseffekt, bis zu minus 20%. Und macht extra Schaden gegen Eis. Okay, ähm, das ist ganz nett, muss ich sagen. Hört sich bisher für mich von dem, was alles neu kommt, eigentlich am besten an. Ähm, weil da halt auch einige Helden sind, die mich halt auch interessieren würden. Waterpipe würde mich da zum Beispiel neu interessieren, auch, ähm, die anderen beiden neuen, der lila, ne, und die, ähm, gelbe, äh, die neu gekommen sind, ne. Also, Monsterinsel, hm, könnte gegebenenfalls interessant werden. Er ist auch nicht schlecht. Also 550% Schaden und dann noch extra Schaden gegen Eis. Da machst du einem echt, äh, in die Hölle heiß. Zumindest im Eishelden. Und wenn da Buffs drauf sind, dann reduzierst du auch noch das Mana. Das ist nicht schlecht. Plus die Chance, dass auch mal so den, den Schaden auf 1 zu droppen mit 10% und so neu erhält. Und ja, der könnte was sein, tatsächlich. Ähm, wäre auch für mich interessant. Also generell interessantes Portal, neues Portal. Ja, da weißt du, die neuen Helden, die reinkommen, die sind wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Also auch eventuell eine Möglichkeit, da mal zu gucken. Äh, ja. Das wäre eine Überlegung wert, tatsächlich. So. Dann. Mal das so lassen. Kommen am 25. Juli wieder die Gargoyles. Die werden jetzt ausgeschlachtet bis zum Gehtnichtmehr. Und da haben wir auch, äh, wir haben einmal Hilda wieder und Garten, die kennen wir schon. Und wir haben Gufa. Und Gufa ist auch ein neuer Gargoyle. Und er ist langsam. Was ist das denn in diesem Monat? Okay. Ähm. Er selber gibt sich Verspotten für vier Züge. Alpha-Fähigkeit ist Schadensreduzierung. Also nicht Alpha-Spot. Ne? Das ist ein Spotter, der keinen Alpha-Spot hat. Ähm. Also er gibt sich selber Spott für vier Züge. Alle Verbündeten, außer er selbst, kriegen Soft-Skin. Gut. Da du ja deine Specials sowieso nur auf ihn feuern kannst, ist das ja eigentlich egal, was die anderen machen. Auch wenn sie dann negativen Effekten widerstehen. Wenn du Aradia beispielsweise feuerst, geht er eh nur auf Gufa. Und Gufa kriegt keinen Soft-Skin. Okay. Also ist das eigentlich auch egal. Alle Verbündeten bekommen 700 Leben über Zeit, vier Züge. Also insgesamt 700 Leben über vier Züge. Ne? Ähm. Okay. Oder sofort. Okay. Ah. Okay. Also. So verstehe ich es hier in der englischen Version. Man kriegt man über vier Züge 700 Leben. Oder sofort. If the skill is cast again. Also wenn er wieder auslöst, kriegt man sofort die 700. Weil if the skill is cast again before the duration ends. Also bevor, wenn er nochmal auslöst. Normalerweise kriegt man diese 700 über vier Züge. Wenn man ihn aber triggert und er vor dem Ablauf der vier Züge nochmal auslöst, kommen sofort 700 Leben. Die kommen dann wahrscheinlich direkt drauf. Auf das, auf die, keine Ahnung, 550, die schon waren, kommen dann noch. Und so, 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 so sehe ich das. So verstehe ich das. Und der Effekt kann nicht dispellt werden. Okay. Also die, die Heilung, die 700 Leben über vier Züge. Es ist kein verstärktes Leben. Es ist ein normales Leben. Normale Heilung. Die kommt auf jeden Fall. Gut. Finde ich trotzdem nicht gut. Es ist für, es ist für mich nichts. Also für meinen, für meinen Fokus, ähm. Ist das, ist eher nicht interessant. Andere Gargoyles wären interessant. Poppit, Garten, Hilda. Ist ein neues Portal. Ist immer, kann man immer mal sagen, okay, könnte man mal probieren. Weiß ich aber noch nicht. Ja. Also auch hier Gargoyles. Nichts cooles dabei. Guffer haut mich auch nicht um. Sicherlich. Dann haben wir Legends of Kalevala. So, und da haben wir Kostüm Ukonen. Kostüm Weinei Mönen. So wie es aussieht. Oder ist er nicht kostümiert? Keine Ahnung. Ähm. Und einen anderen. Otzo. Den, den kenne ich nicht. Den habe ich nicht. Also wenn jemand, ähm, den Otzo hat und so mit Kostümen. Die fehlen mir. Die habe ich selber noch nicht gesehen. Daher kann ich zudem absolut nichts sagen. Saisonales Portal. Es wird kein Game Changer sein. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Weil Game Changer kommen in saisonalen Portalen nicht vor. Ganz einfach. Ja. Äh. Ukonen Kostüm habe ich jetzt auch hier. Die Karte jetzt nicht, was der macht. Aber der wird, das wird ja ungefähr so das gleiche sein. Der wird jetzt nicht irgendwie auf einmal der Mega Sniper sein oder sowas. Das ist ja ungefähr immer das gleiche. Ähm. Könnte man gucken, ob man da dann halt seine, seine, ähm, seine Heldenmünzen für nutzt. Würde ich wahrscheinlich machen. Das geht bis zum 10. September. Und dann müsste sowieso schon Halloween kommen. Was? Am 27. Juli? Okay. Das geht aber echt lange. Das geht aber echt lange. Bis 10. September. Das musste ich gerade überlegen. Das nächste ist ja dann schon, schon, ähm, Molovia. Ende Oktober. Und das geht dann schon bis Weihnachten rein. Ja, krasser Scheiß. Okay. Ähm. Jo. Okay. Muss man selber überlegen. Saisonale Portale. Immer ein bisschen. Na, überleg mal lieber. Ein, zweimal, wenn du Heldenmünzen hast, die du sonst nicht einsetzt. Dann würde ich sie in den saisonalen Portalen machen. Aber man muss halt auch wirklich überlegen. Ähm. Will man die nicht eher aufheben für den Helden? Also für das Portal oder das Portal? Muss man gucken. Wenn man selten an solche Münzen rankommt, muss man da überlegen. Ich kriege ja durch die ganzen Events, die dann da immer kommen, gewinne ich ja auch immer Münzen. Durch die Belohnungsstufen und hier und da und dort sind dann auch mal welche dabei. Ähm. Turnierloot, ne. Ähm. Ich hau die ja eigentlich immer raus. Ja. Weil es sind halt keine Gamechanger-Helden in den Portalen da drin, ne. Jo. Beachparty, genau. Die läuft noch bis 15. Juli. Also auch da, ähm, Sind wir bald am Ende. Und dann kommt noch irgendwann Secret Summon. Five Secret Hero. Ne, 5 Sterne. Legendärer. Ja. Gut. Okay. Aber da können wir jetzt noch nichts zu sagen. So, was heißt das jetzt für uns? Wo beschwören wir? Ähm. Womöglich. Ach. Hier. Das ist Ahotep. Kann das sein? Bei Judgment of Dunes ist das... Soll das Ahotep heißen? Also in 4 Sterne kostümiert oder was? Ähm. Gut. Also. Was ist mein Plan? Mein Plan ist eigentlich... Gar nichts. Also es ist nichts da, was mich umhaut. Das Einzige, was interessant wäre, ist Monsterinsel. Als Portal. Kostüme. Majana, Horgal vorgestellt. Horgal brauche ich nicht unbedingt. Majana habe ich. Ich habe gesagt, Kostümkammer mache ich dann, wenn Richard vorgestellt ist. Dann versuchen wir den zu kriegen. Ähm. Also ist Kostümkammer auch weg. Gargoyles haut mich nicht um. Gufam gefällt mir gar nicht. Ja. Elementarportal auch nicht. Covenant. Covenant Portal, aber dann das zweite. Skoria, Gastille, Timius, Lemonwood. Weil von denen hier habe ich halt schon zwei. Gut. Hier habe ich nur... Hier habe ich auch zwei. Aber irgendwie Skoria und Timius, die sind da. Das ist gut. Gewinnen müsste ich mir mal angucken. Vielleicht kann ich während des Covenant Portals gegen den mal spielen. Dann würde ich das entscheiden, ob der gut ist oder nicht. Ob ich da beschwören möchte oder nicht. Ansonsten... zieht sich das alles in den... in den Ende... an das Ende des Monats. Monsterinsel. Gegebenenfalls Eulen, aber weiß ich halt auch nicht. Goblins sind raus. Taverne ist raus. Die sollten ja eigentlich pausieren, ne. Sind ja komischerweise wieder da. Vielleicht macht man es auch ein bisschen... mache ich es auch ein bisschen abhängig, wenn das Portal ist. So wie... Judgment of Dunes mit Hathor zum Beispiel. Oder Cleopatra. Da sind ja auch gute Helden, die dabei sind. Je nachdem, was Sobek kann. Wenn da der geheime Held bei ist. Wenn ein interessantes Portal da ist und der geheime Held ist auch interessant. Ich weiß ja noch nicht, was für einer kommt. Und wenn der aber gut ist, dann könnte man da überlegen, da was zu machen. Aber es ist... Ich habe keinen klaren... Keine klare Vorstellung tatsächlich, wo ich was mache. Deswegen können wir da tatsächlich ganz entspannt durch den Monat gehen. Wir werden gute Angebote kaufen. So ein bisschen... Aber mehr praktisch da, wo Materialien drin sind. Also Eta. Um dann halt auch die Helden, die wir dann halt auch kriegen, um die halt auch fertig leveln zu können. Ähm... Ja. Aber so ein Fokusportal habe ich tatsächlich dieses Mal nicht. Das Einzige, was mich interessieren würde, wäre Monsterinsel. Sonst keins. So wirklich. Nö. Gargoyle ist auch nicht. Covenant. Monsterinsel. Oder Truppen. Vielleicht nimmt man den Monat dann mal ein bisschen bei den Truppen. Wenn man nichts bei den Helden macht. Müsste man mal gucken. Aber... Der Monat ist meiner Meinung nach einer... Einen nicht so... Also... Von den Helden her ist der... Lohnt sich der nicht so wirklich. Muss man nicht viel machen. Also... Muss in Anführungsstrichen alles, ne. Alles das, was ich sage, ist jetzt natürlich... Wenn ich sage, muss man nicht viel machen. Oder... Wie auch immer. Man kann es auch komplett sein lassen. Man muss hier gar nichts, ne. Du kannst auch... Muss auch gar nie Geld ausgeben für dieses Spiel. Also... Also... Ich denke mal, da weiß jeder schon. Wenn man nicht völlig am Kopf gefallen ist, wie das alles gemeint ist, ne. Ja. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, das war's. Ist relativ mau, der Monat. Finde ich. Aber gut. Umso besser für unser Portemonnaie. Und dementsprechend sehen wir uns dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.